Als Wirtschaftsstadträtin aus dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf ist für mich natürlich sehr wichtig, dass ich die Industriepolitik vor Ort umsetze. Das heißt, wir Bezirke können da auch viel tun. Wir können die Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft, wir können die Vernetzung von Industrie und auch von Dienstleistungen gewährleisten. Wir können dahinterstehen, wir sind die Kümmerer vor Ort. Bei mir im Bezirk habe ich zwei Dinge umgesetzt. Einmal habe ich die Wissenschaft zusammengetrommelt, habe sie zusammengebracht mit Handel, mit Dienstleistung und mit uns. Und wir haben gemeinsam verschiedene Projekte schon umgesetzt. Zum Beispiel haben wir das Projekt Science Goes Public durchgesetzt. Das heißt, wir haben die Wissenschaft auf die Straße gebracht, wir haben Bürgerinnen und Bürger beteiligt, wir haben Bürgerinnen und Bürger interessiert für die Wissenschaft. Das nächste Projekt, was wir vorhaben, ist der Zukunftsort, der heute auch ganz häufig diskutiert worden ist, nämlich die Industrie soll in die Orte zu uns nach Steglitz-Zehlendorf an unsere Universität, die FU. Wir wollen Fläche schaffen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich ausgründen, damit sie sich selbstständig machen können. Ja, das ist, was wir im Bezirk tun können. Und ich bin sicher, dass wir da viel auch für die Stadt insgesamt tun werden. Und ich bin sicher, dass wir uns abgedrückt, Und ich bin sicher, dass wir die Stadt zusammenhängen,